Das diese kulturlosen Pest in Europa überschwemmt! Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr! Mein Führer? Ich habe heute den Fall klau... Fähig! Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Berlin wird Fransch statt. Sie übernehmen als... Fähig! 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 Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren! Wir werden... Fähig! Dann soll die Armee kehrt machen! Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe... Fähig! Haben Sie noch zwei Fälle neuen Befehl? Ich glaube! Fähig! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! In Berlin sieht das schlimmer aus, als es ist! Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden! So not mit Zivilisten! Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt! Nur hier... Fähig! 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 Ich bin esici! Woher sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Es ist dem Feind gelangen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Dem Angriff Steiners wird das... Phish, Psich, 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 Psich- No, No, No! Sit beis'n Schımarraud!